Mahlzeit Leute, hier nochmal die Tagebuchnotizen im Verlassenden vor und hier ist es direkt in der Mission, also in der Hauptmission. Nachdem wir hier alle besiegt haben, geht ihr hier hoch, ihr müsst die Tagebuch eh einsammeln, um herauszufinden, was hier los ist. Ich denke mal, ihr braucht da keine Karte für, weil, naja, es gibt es ja schon. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, sodass ich auch alle Tagebücher hochgeladen habe. Hier ist es, Tagebuchnotiz in den Dünen, die Nummer 1 und das Letzte. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.